Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Stardew Valley. Der kleine Jonas ist wach und dann können wir jetzt endlich auch zu ihm eine Beziehung aufbauen. Er ist ein bisschen gewachsen, der schläft jetzt nicht nur, sondern er ist ja ein bisschen gewachsen. Wir können ihn mal hochheben, damit können wir dann auch unsere Beziehung zu ihm ein wenig verbessern. Ziel ist natürlich auch hier die 10 Herzen. Machst du morgen beim Eisfischen mit? Ja, das ist der Plan. Übrigens meine Mutter mag Pastinakensuppe, wenn du ihr also mal einen Gefallen tun möchtest. Ja, können wir mal machen. So, wir nehmen Jade mit und wir nehmen die Jade mit. Wir wollen nämlich heute auch noch mal in die Wüste und dort diese ganzen Jade eintauschen gegen Treppen. Ich wollte mal gucken, wie es hier unten aussieht. Ist auch alles super. So, wir haben zwei Schleimeier. Die wollen wir unten ausbrüten lassen. Hallo Thomas. Morgen versammeln wir uns alle vor Manis Haus für das Fest des Eises. Wir möchten so den Winter genießen. Es wird Schneemänner, Eisskulpturen und einen Wettbewerb im Eisfischen geben. Kommt zwischen 9 und 14 Uhr vorbei, wenn du mitmachen möchtest. Bürgermeister Lewis. Das machen wir natürlich. So, zwei Iridium Barren. Wir waren in der letzten Folge ganz erfolgreich. Der Wüstenbiene. Da haben wir einiges geschafft. Und ich würde sagen, dass wir uns heute noch mal dorthin aufmachen. Wir wollen ja eh die ganze Jade eintauschen, die wir hier haben. So, da kriegen wir noch eine Winterwurzel raus. Damit bekommen wir dann nämlich wieder Treppen. Und mit den Treppen wollen wir dann irgendwann mal versuchen, auf die Stufe 100 runterzukommen. Das müssen wir mal gucken, ob das klappt. Und ja, wir werden uns jetzt noch mal um die Tiere kümmern. Der Schleim hat schon versucht, uns anzugreifen. Da müssen wir natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Aber die machen auch nicht so viel Schaden, dass die uns irgendwie gefährdet. Das ist auch nicht so schlimm. So, was haben wir hier? Ein bisschen Wolle, was wir weiterverarbeiten können zu Stoff. So, die Tierchen sind verwöhnt. Und dann können wir die ganzen beiden Enten-Eiern, die wir hier bekommen haben, wieder zur Mayonnaise weiterverarbeiten. Ja, das war's ja schon. Das gleiche machen wir mit den ganzen Eiern. Oh, da hinten haben sich getarnt hier in dem Braun. Gar nicht gesehen auf den ersten Blick. So, das waren die Tiere. Dann gehen wir noch mal hoch zu den Kühen, Ziegen, Schafen und Schweinen. Und auch hier. Hier kennt das Spiel ja schon. Immer der tägliche Ablauf hier, bevor wir uns dann aufmachen, zu Variablen. So, es dauert auch nicht mehr lang. Dann haben wir die 500.000 Gold zusammen für das Haus für Pam. So, wie ist hier? Da hinten ist eine Frucht fertig geworden. Eine süße Edelsteinbeere. Ah, okay. Ja, da würde ich sagen, machen wir da hinten auch mal den. Den rein hier, zack. Ja, ich würde sagen, wir verkaufen die einfach mal. So, das verkaufen wir auch alles. Entweder verkauf, 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 verkauf und es ist Sonntag. Das heißt ja auch, dass die Beziehungen zurückgesetzt werden. Dann müssten wir eigentlich für das Sandy noch mal Orangen mitnehmen. Das können wir erstmal hier lassen. Gucken wir mal. Ja, da haben wir welche. Sogar recht viele. Ja, bevor wir dann zurückgehen in die Wüste, würde ich auch eigentlich ganz gerne bei Clint noch mal vorbeischauen. Beziehungsweise die goldene Tafel abgeben im Museum. Können wir auch mal gucken, ob wir hier bei den Omnigioden noch was rausbekommen. Was vielleicht noch gesucht wird. Und vielleicht kriegen wir hier Kaviar oder Dinosaurier mal. Mayonnaise raus. Mal gucken. Das ist eine Rübe. Kaviar. Was für ein Glück, Leute. Das ist ja super. Brauchen wir uns gar nicht drum kümmern um die Teiche hier. Aber da wollen wir natürlich eigentlich auch noch welche bauen. Ja, der Weg in die Wüste ist eigentlich heute unvermeidbar. Sonntags können wir nämlich diese Jade nur eintauschen gegen die Treppen. Das wollte ich mal ganz gerne machen, damit wir schon mal ein paar da haben. Und ich weiß. Vielleicht machen wir uns so mit 70 Treppen nachher auf in die Wüste um die Stufe 100 zu erreichen. Das hatte ich mir so als Ziel gesetzt. So, die beiden Gioden wollen wir nochmal aufbrechen. Zack. Und zack. Ja, Wüste, Wüstenbiene wird sich heute glaube ich gar nicht so doll lohnen. Wir werden nicht viel Zeit haben am Ende. So, die Museum spenden. Dann wird tatsächlich hier nur diese eine Tafel vielleicht mal hier hinten hinlegen. Das legen wir da mal mit zu. Ja, und die restlichen Sachen, die haben wir schon. Die kommen dann erstmal wieder zurück bei uns in die Hütte. So, wir benutzen den Kaviar und haben das Paket fertig, Leute. Wieder einen Bündel fertiggestellt. Schauen wir mal, was passiert. Alle außer mir haben es zurück geschafft. Jetzt kann ich auch nach Hause. Danke. Vielen, vielen Dank. Ja, einem weiteren Unimo geholfen. Und wir sind gespannt, was hier aus dem Gebäude wird. Bald wird etwas Gutes geschehen. Ja, Leute. Merkt euch das Bild hier. So sieht es aus. So, ich würde auch sagen, die Mineralien hier können wir eigentlich notfalls auch zerstören. Ich würde mich jetzt eigentlich gerne in die Wüste aufmachen. Wir nehmen die Orangen mit und schenken die Sandy. So. Und vor allen Dingen wollen wir hier die Niade eintauschen. Wie schon angesprochen. Das machen wir vielleicht gleich als erstes. Bevor wir das hier vergessen. Da haben wir den Niade. 28 Treppen haben wir. Teleport. Einen Teleport brauchen wir auch irgendwann nochmal. Sollten wir vielleicht nochmal drei Omnigioden aufbewahren. Dann holen wir uns den hier mal. Das machen wir dann nämlich an dem Tag, an dem wir die 100 Stufen erreichen wollen. Dann machen wir das so, dass wir mit dem Teleport morgens einfach direkt hier hin wandern. Und dann legen wir direkt los in der Mine. 100 Stufen an einem Tag zu erreichen ist halt nicht so einfach. So. Hier haben wir nichts besonderes. Wir verschenken die Orange. Wunderschön. Vielen, vielen Dank. Und wir sprechen natürlich mit dir. Eigentlich ist es ein wenig zu heiß für meinen Geschmack. Meine empfindliche Haut leidet in der Sonne ziemlich schnell. Ja. Auch so wird Sandy nach und nach unsere Freunde. Den würde ich noch ganz gerne mitnehmen, wenn wir wieder Gesundheit brauchen. Wie kommen wir denn da hin? Dann fahren wir hier durchs Gerippe durch. So Leute drückt die Daumen. Vielleicht finden wir ja auch nochmal Dinosaurier. Und vielleicht kriegen wir ja auch nochmal Dinosaurier Eier. Wobei das jetzt eigentlich gar nicht mehr so dringend ist. wie vorher. Denn wir haben jetzt den Kaviar gefunden. Aber es beweist mal wieder, dass es wirklich wertvoll ist, immer beim fahrenden Händler mal vorbeizuschauen. Das ist immer ein Einblick wert. Ihr könnt euch so eine ganze Menge Arbeit sparen und müsst halt nur ein bisschen Geld ausgeben. Das war jetzt nicht so teuer, dass uns das in die Armut getrieben hat. So, ich glaube der kommt da gar nicht so richtig raus. Okay, weiter gehts. Wir suchen die Treppe. Da ist sie. Den Quarz müssen wir uns nicht holen. Wir suchen die Treppe. Kohle zu bekommen ist auf jeden Fall auch noch ganz gut. Braucht man immer mal. Da ist sie. Die Treppe. Wollen wir noch ein paar Geister töten hier? Da kriegen wir schon mal eine Unigilose. Da kriegen wir ein paar Kohle Stücke raus. Da kriegen wir ein paar Kohle Stücke raus. Da hinten ist schon eine Treppe. Oh, da ist es nochmal getroffen. So, es geht weiter runter. Hier ist nicht so spannend. Na nun. Verklickt. Noch eine Omnigiode. Vielleicht schaffen wir das ja sogar das Totem schon direkt einzukaufen. Auf dem Rückweg nach draußen nachher. Das heißt, wenn wir hier nicht sterben sollten. Ja, Bomben sind auch immer gut. Die werden wir auch mitnehmen dann an dem Tag, wenn wir die 100 Stufen erreichen wollen. Dann werden wir uns nämlich ganz schnell immer mal freibomben. Gerade wo viele Steine liegen. Macht das immer mal Sinn. Deswegen bewahren wir uns auch die ein bisschen auf. Dann brauchen wir die nämlich nicht vom Zwerg kaufen, sondern haben dann schon direkt welche für den Anfang. Ich glaube ich würde hier direkt bleiben, da gibt es eh nichts mehr zu sehen. Hier ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht ein bisschen höher, dass hier eine Treppe kommt. Durch die ganzen Steine. Sagte er und keine Treppe kam. Ja wie das manchmal so ist. Dann suchst du und suchst du und nichts kommt. Aber ich habe mir sowieso gar nicht so viel erhofft hier vor dem Tag heute. Ist auch unser Inventar schon wieder voll. Noch ein Fragmenter brauchen wir nicht. Auch hier nichts spannend ist nur eine Menge Mumien. Okay die drei Omnigionen haben wir auf jeden Fall auch schon mal voll. Das ist super. Können wir gleich auf dem Nachhauseweg uns das Totem noch schnappen. Der Wüstenhändler da hat nämlich immer auf. Ich glaube der macht niemals zu. Na komm. Gibt es ja gar nicht. Muss man jetzt hier echt alle Steine weghauen. Noch eine Omnigeode. Ah ok. Zumindest ein Loch. Hat sich das ja doch gelohnt das Warten. Vier Ebenen. Besser als gar nichts. Jetzt finde ich anders. Das war Glück dass er uns gerade nicht noch mal getroffen hat. Aber wie gesagt Schleime. Schleime, Schleime, Schleime. Das ist schon mal eine Frucht. Ja das ist schon fast wieder voll. Gehen wir die mal weg. Ja dann würde ich sagen gehen wir runter und schauen uns da noch mal um. noch ein netter Schleim auf uns. Aber keine Treppe. Gehen wir mal runter. 7 Ebenen. Sehr cool. Das ist das nächste Loch. So ist es natürlich auch sehr viel wert hier wenn man so Löcher findet. Gerade wenn man versucht die 100 zu erreichen. Keinricht. Ja. 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 Ja! Ja. Ja. Wann wst. Ja. Ok wir suchen die Treppe oder ein Loch. Stufe 25 sind wir hier gerade. Aber es wird auch spät langsam. Die Sitzung wird ein bisschen langsamer. Können einem eigentlich gar nicht so gefährlich werden. Da ist sie. Ein Dinosaurier. Vielleicht haben wir ja Glück. Brauchen wir uns ja wie gesagt nicht unbedingt. Aber ein paar Dinosaurier auf dem Hof wären schon nice. Na natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön. Ich weiß nicht, eine Treppe schaffen wir vielleicht noch. Mal gucken. Ja ne, komm lassen wir. Wir wollen auch noch die Omnigioden eintauschen gegen einen Toten. Dafür brauchen wir aber allerdings auch wieder Platz. Ich sage schmeißen wir den Lehm hier weg. 254 Steine haben wir gesammelt. Auch gar nicht so verkehrt. So, da haben wir das Toten. Ja, brauchen wir eigentlich auch erstmal nur einmal. Das reicht. So, zurück ins Sterntautal. Wieder in die eisige Kälte zurück. Ich möchte gar nicht wissen, wie lange man hier fährt in die Wüste mit dem Bus. Für uns vergeht keine Zeit. Aber ja, von Winter in Wüste dürfte es eigentlich schon ein ganz schönes Stück sein. So, kein Iridium-Erz. Kein Iridium-Baren. Sonst hätten wir vielleicht die 5 nochmal voll machen können. Schade. Aber dafür haben wir trotzdem andere Erze gefunden. So, ich nehme die Bomben mal mit. Die können wir auch drin vielleicht erstmal lagern. Oh ja, hier ein bisschen Iridium-Erz haben wir doch gefunden. Ja, ich glaube das war es erstmal. Die Pilze müssen wir auch nochmal loswerden. Hier rein. Was habe ich noch so drin? Honig können wir mal auffüllen, wenn wir den haben. Ich glaube die restlichen Sachen können wir alle verkaufen, Leute. Also ich würde hier vielleicht dann nochmal die Bomben reinpacken. Das Wüstentotem und vielleicht sogar die Treppen. Haben wir hier die Treppen drin? Die haben wir wahrscheinlich dringelagert im Haus. Geht bloß nicht aus dem Weg. Ich würde die ganzen Edelsteine jetzt gerade nochmal schnell verkaufen. Zack, zack, zack. Bienen kann weg, Kaktusfrucht. Ja, kann eigentlich auch weg. So, da haben wir noch einen würzigen Aal. Die Höhrenkarotte kann auch weg. Der würzige Aal wandert in den Kühlschrank. Und die restlichen Sachen müssen wir auch mal gucken. Da Mineralien haben wir noch. Die kommen hier oben mit rein. Zack, zack. Sehr schön. Wollen wir denn die Treppen? Da haben wir welche. Neun Stück. Ja, ist nicht die Welt, aber wir haben welche. Die werden wir dann auch nach draußen bringen am nächsten Tag. Unbedingt uns jetzt schlafen. Und sagen wir noch mal hallo und gute Nacht. So, sehr schön. Wir gucken, was mit dem Joja-Markt passiert. Sehen wir nicht. Aber am nächsten Tag werden wir mal dran vorbeigehen und mal gucken. Was hat denn die süße Edelsteinbeere gebracht? Die 3.750. Das kann sich ja richtig sehen lassen. Hätten wir vielleicht noch mal zu Wein verarbeiten sollen. Gut Leute, dann bis zur nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020